Guten Morgen. Ich stelle mich vorab mal vor. Mein Name ist Roja. Ich komme aus Berlin. Ich bin examinierte Krankenschwester. Ich habe bis vor einem halben Jahr im Krankenhaus gearbeitet. Bis mir das zu viel wurde mit der Pandemie, der Nicht-Wertschätzung, der leeren Versprechen vom Staat für die Pfleger, für die Schwestern, für die Ärzte. Dem konnte ich nicht standhalten. Abgesehen davon war es tatsächlich so menschenverändernd geworden und bin dann in die ambulante Pflege rüber. Ich bin jetzt Wohnbereichsleitung einer Demenzwohngemeinschaft und diese hat im Januar Corona durchlebt gehabt. Es ist logisch, ich habe multimorbide Patienten, sprich Patienten, die Haupterkrankungen haben, die Nebenerkrankungen zusätzlich haben. Das heißt, die tatsächlich sehr gefährdet sind oder Risikogruppen sind. Die haben das allesamt gut überlebt gehabt. Das war toll. Ich war die einzige, die auch ein und aus gehen durfte und bin negativ geblieben. Toi, toi, toi. Nun ist es dazu gekommen, dass nicht mal zwei Monate später meine Patienten die BioNTech-Impfung bekommen haben. Ich bin vorab keine Verschwörungstheoretikerin, was diese ganzen Dinge anbelangt, aber ich öffne jetzt meinen Mund, weil ich habe keine Lust mehr, meinen Mund zu halten und ich finde, da gehen echt krumme und komische Dinge durch die Welt. Ich rede jetzt für uns Deutsche. Was hier gerade abgeht, das ist unglaublich. Zum Schluss habe ich noch ein kleines Schlusswörtchen. Ja, es hieß, dass man Post-Infektion von circa sechs Monaten haben soll und dann erst geimpft werden soll. In meinem Fall wurde das sogar vor Ort von der Ärztin bestätigt. In dem Fall der alten Patienten war es aber nicht mal eineinhalb Monate Post-Infektion. Nun gut, alles klar, es ist geschehen. Tage später waren die ersten Symptome wie Kaltschwaßigkeit. Dreieinhalb Wochen später kam dann die zweite Impfung. Die zweite Impfung, die knocked einen ja richtig out. Und dann begann es. Mein einer Patient, den habe ich ins Krankenhaus eingewiesen, fiebrig geworden, schweren Herzinfarkt erlitten, vorher nichts gehabt derart. Mein anderer Patient, der so schon herzkrank gewesen ist, hat plötzlich nur noch 15 Prozent Herzkraft. Das heißt, er hat nicht mehr lange zu leben. Und dann habe ich eine Patientin vor anderen Tagen aufgrund von Dehydration, also zu wenig Wasser, in den Venenkörper ins Krankenhaus geschickt, damit sie aufgepäppelt wird mit Flüssigkeit über die Vene, weil ich das vor Ort nicht mache. Und musste zufälligerweise gestern, weil ich angerufen habe, um nachzufragen, das tue ich alle paar Tage, was jetzt der Stand der Dinge ist mit meinem Patienten. Erst von einer dritten Person, die ihren Stock auch nicht aus dem Arsch ziehen konnte, Verzeihung, die Umgangssprache, ich bin wirklich einfach nur wütend, dass meine Patientin verstorben sei. Plausible Gründe gab es nicht. Ich gehe dem immer noch auf den Grund. Ich werde das nicht zulassen, alte Menschen als Versuchskaninchen zu testen. Und ich finde, wir sollten echt mal unseren Mund aufmachen. Ich frage mich wirklich, wieso wir nicht auf die Barrikaden gehen, weil uns wird so viel genommen, uns wird die Freiheit genommen, uns werden Menschen genommen. Auch wenn die alten Menschen vielleicht nicht mehr viel zu leben haben, sagen andere, aber Leute, es sind Menschen. Was ist nur geschehen mit dieser Welt? Das ist, einen Tag nach der Impfung habe ich meine Patientin weggeschickt, weil sie mir nicht gefallen hat. Sie sah nicht mehr aus wie sie selbst. Nun erzählt mir mal, Biontech, AstraZeneca, Moderna, wie auch immer diese ganzen Impfstoffe heißen, wie lange bedarf es, einen Impfstoff zu legalisieren, so wie wir es, seitdem wir die Medizin und die Forschung kennen, der Fall ist. Und jetzt ganz plötzlich, nicht mal ein Jahr später, haben wir Impfstoffe, plötzlich mehr als einen. Und die werden so hoch geheilt, aber merkt ihr eigentlich, wie viel schief geht und wie viel eigentlich auch beschwichtigt wird. Ich verliere meine alten Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Ich weiß, das ist nur mein Beruf, aber diesen Beruf übe ich mit hundertprozentigem Herzen aus. Und die Menschen, die mich kennen, wissen, wie ich bin. Nun Leute, denkt darüber nach. Ich werde definitiv meine Stimme erheben. Wie sieht es mit euch aus? Danke fürs Zuhören.